hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich dachte mir ich halte mal ein kurzes nickerchen dann ich war in der letzten woche wieder richtig fleißig und habe einiges am camper projekt bolle geschafft und ich würde sagen das ganze zeige ich euch nach dem intro los geht's so ich bin in der zwischenzeit mal aufgestanden und jetzt würde ich sagen starten wir mit dem video denn ich habe euch einiges zu zeigen ich war letzte woche wirklich sehr fleißig im camper und muss ganz ehrlich sagen mir hat auch wirklich wahnsinnig oft der kopf geraucht denn ich musste für ganz viele sachen problemlösungen finden denn ich habe am anfang des projektes als ich es mir überhaupt erstmal in den kopf gesetzt habe so viele vorstellungen in meinem kopf gehabt wie ich das am ende haben möchte und habe das versucht auch wirklich alles umzusetzen und kann euch sagen bis jetzt habe ich auch wirklich alles genau so geschafft aber es hat mich einige stunden hirnschmalz verbrennen gekostet damit es heute so aussieht wie es jetzt aussieht und ich würde sagen das ganze zeige ich euch jetzt wir legen los ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen auf geht's bis 8 bis 8 bis 9 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte es im Kopf, wie es aussehen soll. Man siehe da. Aber das Problem lag darin, dass in Citroën Berlingo nirgends wo vernünftige Befestigungspunkte sind. Und alles rund ist, alles schief ist, nichts gerade ist und ja, alles irgendwie nicht dafür gemacht war. Ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken. Aber, und genau das war dieser Punkt, ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt. Ich wollte das so haben, also musste das auch irgendwie funktionieren. Und so habe ich aus Lappen, dünnen Holzplatten und allem, was ich irgendwie da hatte, eine Unterkonstruktion bauen können, die fest mit der Karosse verschraubt ist. Wo dann genau meine Verkleidung, so wie sie hier zu sehen ist, letztendlich auch dran kam. So ist es für mich jetzt perfekt. Und das Allerwichtigste, der Sicherheitsfaktor, es kann auch bei einer Vollbremsung nichts nach vorne fliegen oder sich lösen. Und das war für mich das Allerwichtigste. Ich wollte es perfekt gebaut haben und das haben wir am Ende jetzt auch geschafft. Ja, und jetzt ist es letztendlich so, dass hier wirklich alles fest ist. Ich kann hier dran wackeln und reißen und ich wackele eher das ganze Auto, als dass sich da irgendetwas löst. Ja, und das große Problem lag einfach daran, diese Linie hier zu schaffen, dass man da eine gerade Linie hinbekommt, weil die Karosse eben genau so geschwungen ist und man hatte oberhalb keinerlei Befestigungsmöglichkeiten. Und da musste ich wirklich überlegen, wie mache ich das Ganze. Letztendlich konnte ich dann hier durch meinen kleinen Spalt, wo eigentlich eine Gummiabdichtung drin sitzt, greifen, habe hier oben in der Karosse ein Loch gefunden, wo ich dann letztendlich eine M8-Schraube durchgesteckt habe, mit einer Mutter gekontert habe, um dann meine Latte draufzusetzen, auszufräsen, sodass am Ende meine Platte auch wirklich gerade vorgesetzt werden konnte. Ja, und das Ganze hat sich dann quasi über die gesamte Unterkonstruktion gezogen, zumindest im oberen Bereich, denn auch da hinten stand ich vor demselben Problem. Da habe ich leider keinerlei Möglichkeiten gehabt, irgendwie eine Gewindeschraube reinzubekommen und habe es mir dann letztendlich relativ einfach gelöst, indem ich eine wirklich dicke, selbstschneidende Blechschraube genommen habe, die durch die Latte gebohrt habe, um dann in die Karosse zu schrauben und habe mir dann unterhalb die ganzen Späne, die dabei entstanden sind, rausgesaugt, weil Metallspäne eben, ja, Rost verursachen können und es war so semi-gut, aber anders ging es nicht und ich musste eine Lösung finden und das war für mich leider die einzige Lösung, die ich oberhalb in dieser Ecke dann hatte. Ich zeige euch das mal auf der anderen Seite, wie kompliziert sich das tatsächlich unterhalb gestaltet hat und dann könnt ihr euch das vielleicht so ein bisschen veranschaulichen, warum ich so viel Hirnschmalz in diese Unterkonstruktion investieren musste. Ja, auf dieser Seite noch schön zu sehen, die Karosse macht hier genau diese Rundung und da war es irgendwie unmöglich, etwas zu schaffen, das mir am Ende eine gerade Fläche ermöglicht. Ja, und so bin ich dann letztendlich auf der anderen Seite des Fahrzeugs durch diese Öffnung gegangen mit meiner M8er Schraube, habe sie gegengekontert und davor dann die Latte gesetzt. Und so hat das Ganze dann am Ende auf der Seite im hinteren Teil auch funktioniert. Das nächste Problem, vor dem ich stand, war der obere Bereich. Wie bekomme ich hier eine gerade Linie runter? Und so ist es dann letztendlich darauf hinausgelaufen, dass ich meine Verkleidung kürzen musste und habe dann hier oben das Problem mit der dicken, selbst schneidenden Blechschraube gelöst und habe dann durch diese Öffnung meine Späne, die runtergefallen sind, aufsaugen können, sodass mir da kein Rost entstehen kann. Ja, und das hat sich dann über die gesamte Seite immer wieder gezogen. Ich hatte so viele Ecken, unter anderem diese hier. Hier ist die Karosse so geformt, genau das wollte ich auch so verkleidet haben. Ja, hier hätte ich gerade mit einer Latte hochgehen können, das war kein Problem. Aber ungefähr zehn Zentimeter weiter hätte ich die nächste gerade Latte gebraucht. Auch da keinerlei Befestigungsmöglichkeiten. Also musste ich meine Unterkonstruktion quasi Stück für Stück bauen, damit ich immer wieder ein Stück dranhängen kann, das dann auch mit dem Boden verschrauben kann, dann auch wieder mit der Karosse zu verschrauben. Also es war wirklich stundenlange Arbeit. Aber egal, es hat sich ausgezahlt, es ist jetzt fertig. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite, denn auch da gibt es noch so zwei Sachen, die ich in meinem Kopf hatte, die unbedingt umgesetzt werden mussten und ich jetzt letztendlich auch gemacht habe. Und das Ganze zeige ich euch jetzt. Ja, hier seht ihr schön eine Klappe ausgeschnitten, die auch während der Fahrt nicht aufgehen kann, denn die wird mit Magneten gehalten. Und zwar ist es hier original so, dass in der Seitenwand Verbandskasten, Wagenheber und Wanddreieck sind. Und ich wollte diesen Platz unbedingt beibehalten, aber eben auch die Seitenwand verkleidet haben. Ja, und so musste ich mir dann irgendwie diese Öffnung schaffen und mir eine Klappe dort reinmachen, damit ich das Ganze auch so verwenden kann, damit ich den ganzen Kram nicht irgendwo anders im Fahrzeug umfliegen habe. Und auch das hat wirklich prima funktioniert. Ja, und gerade das sind halt auch genau diese Sachen, an die man eben im Falle einer Panne schnell rankommen muss oder eines Unfalls. Und ich konnte sie mir nicht zubauen. Ich musste sie so bauen, dass ich wirklich schnellstmöglich dann auch an diese Sachen eben drankomme. Und das ist am Ende meine Lösung dafür. Und ich denke, die kann sich sehen lassen. Jetzt zeige ich euch noch ein weiteres Gadget in dieser Ecke. Und dann haben wir die Ecke quasi schon abgeschlossen. Aber auch das musste irgendwie rein. Ich fand es cool und wollte es haben. Und ja, und dafür haben er nämlich auch einen Platz gefunden. Ja, auf meiner Lieblingsplattform Ebay-Kleinanzeigen habe ich diesen kleinen 12-Volt-Lüfter zu verschenken gefunden in meinem Ort und dachte mir, ey, da musst du jetzt direkt hin, den abholen. Den kannst du bestimmt irgendwo in deinem Camper verwenden. Und das Ganze habe ich dann auch gemacht. Ja, ich habe ihn auch bewusst an dieser Stelle positioniert, denn ich habe ja meine Aufstellfenster und kann mir somit genau frische Luft hier ins Fahrzeug ziehen und kriege dabei natürlich auch noch eine kleine Abkühlung. Weiß ich nicht, ob man es haben muss. Ich fand es cool und wollte es einbauen. Und als kleines Gimmick dachte ich mir, komm, der muss damit rein. Und egal wie, egal wohin, irgendwo wirst du einen Platz finden. Und letztendlich ist er genau da. Und ich glaube, auch das ist an sich eine wirklich coole Idee. Jetzt haben wir die gesamte Ecke quasi abgeschlossen. Und ich würde euch jetzt einfach mal den Bettkasten zeigen. Denn auch da ist wirklich viel Schmalz reingeflossen, weil ich da auch einige coole Ideen habe. Und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Wir haben es jetzt oft genug gehabt. Thema Minicamper, Thema Platz ist leider nicht optimal. Aber es funktioniert. Und das ist eben genau das, was am Ende zählt. Und man muss sich halt einfach wirklich ein bisschen anstrengen, viel den Kopf benutzen und Ideen sammeln. Und das zum Beispiel war ein Punkt, an dem ich einfach gescheitert bin. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich es hinbekomme. Ich musste einen doppelten Deckel nehmen, damit ich eben am Ende meine Bettkonstruktion habe. Konnte aber mit einem doppelten Deckel meine Kiste nicht öffnen, weil mir genau in dieser Ecke hier der Platz zum Anheben gefehlt hat. Ich wäre immer mit der oberen Kante des Deckels schon gegen die Seitenwand gestoßen. Und ich hatte keine Lösung dafür, ob ihr es mir glaubt oder nicht, weil ich eben keine besonderen, teuren Scheniere dafür verwenden wollte. Damit hätte es wahrscheinlich funktioniert. Aber ich wollte es ja so einfach wie möglich halten. Denn am Ende, wir haben es schon so oft gesagt, Low Budget Projekt. Und da war ich froh, dass ich meine Frau an meiner Seite habe, die an der Heckklappe, an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade stehe, stand, ins Auto geguckt hat und gesagt hat, Schatz, bist du eigentlich blöd? Warum machst du es denn nicht so? Und ich habe sie angeguckt und ich dachte, Schatz, da wo ich nicht weiter weiß, hast du eine Lösung parat. Und so war es in dem Fall auch. Und das Ergebnis ist dabei rausgekommen. Denn so habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Kiste zu öffnen, um da eben auch meine Sachen zu verstauen. Und kann es gleichzeitig umklappen, um mir meine Liegefläche für mein Bett zu schaffen. Ja, und das Ganze natürlich mit dem vorderen Deckel dann genauso. Und genau da kommen wir jetzt zu meinem kleinen Gimmick. Ja, mein kleines Gimmick. Ich habe mir ganz am Anfang etwas in den Kopf gesetzt, wo ich gesagt habe, das muss unbedingt mit in meinen Camper. Komme, was wolle und egal wie, es muss am Ende einfach irgendwie funktionieren. Und so ist es eben auch. Es funktioniert und es ist umsetzbar und habe dank der Idee meiner Frau jetzt sogar noch eine geilere Lösung dafür. Ich hatte euch gerade schon gezeigt, dass der Deckel der Kiste zweigeteilt ist. Und so habe ich jetzt eben auch die Möglichkeit, ihn hier vorne zu öffnen, wo am Ende mein kleines Trockentrenn-WC reinkommen soll. Falls man mal in der Nacht bei Regen im Dunkeln doch mal ganz dringend auf die Toilette muss, dass man auch in dem kleinen Camper eine Möglichkeit hat, auf Toilette zu gehen. Ja, und durch diese Idee, die meine Frau hatte mit dem Deckel, habe ich mir quasi auch dafür einen kleinen Sichtschutz geschaffen und habe meinen WC-Bereich quasi abgetrennt. Ja, und das fand ich irgendwie so cool, dass ich es am Ende wirklich gefeiert habe. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zur Seitenwand, denn da habe ich vergessen, euch eine Kleinigkeit zu zeigen, als ich euch den Lüfter gerade gezeigt habe. Und zwar habe ich hier zusätzlich noch eine USB-Ladebuchse eingebaut, um eben, wenn man auf seiner Sitzkiste sitzt, auch mal sein Handy laden zu können. Das war mir nochmal ganz wichtig, euch zu zeigen. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was leider nicht ganz so cool ist im Camper. Das ist das Thema Gewicht. Ich musste für meine Deckel von den Sitzbänken und dem Bett leider relativ dicke Platten verwenden. Und damit habe ich mir natürlich extrem viel Gewicht in den Camper geholt. Und da habe ich jetzt wirklich vor diesem Problem gestanden, hey, wie kann ich das Ganze denn überhaupt noch minimieren? Und da bin ich jetzt letztendlich auf eine Idee gestoßen, die ich in anderen Videos bei anderen Ausbauten gesehen habe und dachte mir, hey, genau so kannst du es auch machen. So geht dir wenig Stabilität verloren, aber du sparst dir nochmal Gewicht. Und zwar werde ich in alle Deckel, die jetzt auf den Kisten sind, nochmal ovale Ausschnitte reinschneiden. Mehrere nebeneinander, jeweils in die obere und in die untere Platte. Und natürlich auch bei meiner Elektrokiste vorne, wo auch der Deckel recht dick ist, werde ich auch nochmal ovale Ausschnitte reinschneiden. Und ich denke, das wird mir am Ende vom Gewicht her wahnsinnig viel bringen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr viel Gewicht nochmal ausmachen wird. Denn ich darf nicht vergessen, auf der anderen Seite kommt immer noch eine Küche rein und auch da kommt wieder Holz zusätzlich ins Fahrzeug und die Wassertanks kommen noch ins Auto. Und genau deswegen muss ich einfach darauf achten, Gewicht einzusparen. Aktuell habe ich noch genug Puffer nach oben, aber ich will dieses nicht komplett ausnutzen. Ich möchte mir diesen Puffer nach oben gerne auch am Ende, wenn alles fertig ist, behalten, damit ich eben auch noch Sachen zu dem Campingausbau zuladen kann. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und damit würde ich sagen, war es das auch fürs heutige Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft mir das natürlich immer wieder gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr die Kommentare vollschreibt. Und jetzt kommt's. Ihr werdet es nicht glauben, worüber ich mich am meisten freuen werde, wenn ihr den Kanal abonniert, um in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Und somit wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.